Was geht ab meine Freunde? Hier ist euer M3D bei Beyond Good and Evil. Ich frage mich, wo dieser Zeitungsstand ist, wo ich da dieses Heft hätte kaufen können. Oder Tutentun, die Zeitung. Ja, was heißt kaufen? Ich kriege es ja geschenkt, aber trotzdem. Das muss doch hier irgendwo sein. Aber irgendwie finde ich es jetzt gerade noch nicht. Was bedeutet das P? Parken frei? Ich hoffe mal ja, weil es ist so teuer. Warte, nein! Ah, Jade! Zurück! Fußgängerzone, genau so würde ich es haben. Denn ich will diese verkackte Zeitung haben, muss ich zugeben. Aber ich weiß halt jetzt, wo ich sie mir holen kann. Das ist irgendwo noch ein Problem. Moment. Bei dem waren wir, der hat nichts gehabt. Die haben ja schon fotografiert. Warte mal, ich probiere es aber trotzdem nochmal. Vielleicht ist der etwas ganz Besonderes. Alter! Lauf, Junge, lauf! Ja, beim Bewegen oder so, dann hat man echt immer Probleme. Die richtig zu fotografieren. Achso. So geht es ab, oder was? Walrus Sapiens. Den hatten wir echt noch nicht. Aber in der Taverne war doch einer. Naja, komm. Ich stelle da jetzt einfach keine Fragen, weil ich bin einfach blöd. So blöd zum Spielen, definitiv. Und naja, damit hat es sich ja... So, gehen wir mal hier... Ne, darunter wollte ich gar nicht. Hallo, geh weg. Da, genau. Das müsste es doch eigentlich sein, oder? Na ja, okay. Wie ein Zeitungsstand sieht mir das jetzt aber nett aus. Hallo! Ähm... Ne, machen wir das. Du kennt das Iris-Netzwerk? Ihr Typen leistet fantastische Arbeit. Und deshalb verkaufe ich euch meine Perle. Viel Glück! Hi, Nuri! Hi, Jade! Hast du Hunger? Vergiss nicht, deine Karte in den Coder zu stecken, bitte! Konto, Identifizierung, okay. Ich will da ja nichts kaufen, eigentlich. Ich will ja nur die Zeitung haben. Ups. Ich glaube, der Maschine ist identifiziert und hat schon ein Mucki. Das ist gut, nimm so viel, wie du brauchst. Ja, toll. Ich... Oh, da komme ich bestimmt nicht vorbei, ja. Wer bist du? Oh, warte, kann man den fotografieren? Ist aber ein Mensch, oder? Einfach nur in so einer Rüstung, schätze ich mal. Okay, das ist... Wärmemission. Hä? Nee, den kann man gar nicht fotografieren. Wie, kein Platz mehr im Album? Moment. Warte mal, wir geben den erstmal aus dem Essen. Reden. Äh, brauchst du Energie? Hier. Danke. Besser ist es. Äh, so. Ja, Jade! Südor! Das große Brecheisen wird 300 Meter lang in Ekeröl! Hab nichts kapiert, aber es passt. So, jetzt aber nochmal. Nee, den kann man nicht fotografieren. Smeiter wird kein Platz mit dem Album, da muss noch Platz sein. Da muss! So, könnte das hier auch noch ein Shop sein, oder irgendwas? Da brauchen Spezialschüsse, okay. Was das ist? Keine Ahnung. Ah, hier ist das. Cool. Hier war ich noch nie drin, ne? Ich geh mal hier hinten rein. Hallo? Ah, hier könnte man wahrscheinlich speichern. Warum auch immer ich auf die Kamera drücke? Spiel speichern, wir machen das auf jeden Fall mal. Das kann nie schaden. Ähm, ich hätt gern einen neuen Stand. Ist das möglich? Ich speichern mal auf den alten Dingern. Überschreiben, ja bitte. Hä? Da hat er überschreiben, ja. Achso. Entschuldigung, hab mich verdrückt. Gut, wir haben gesaved. Dann wollen wir mal ein bisschen koreanisch reden. Konnichiwa! Hallo, Ming-Chu! Hallo, Fräulein! Wenn ihr was kaufen möchtet, brauche ich erst ihre Konten nochmal bitte. Also, irgendwie ist das aber nicht safe, ey. Okay. Danke. Sicher, in ihrer Schaden ist die Perle ein Sklave der Strömung. Bitches! So, sie mögen ganz so Halkos wie ich. Ich habe eine ausgezeichnete Sonne in dieser Ferse. Warum sehen wir nicht einmal im Lagen danach? Ich glaube, ich habe noch einen Exemplar. Ah, und da kann ich mir wahrscheinlich nicht... Ah, die gehört 100 Pro dazu, klar. Ähm, Impulsor. Ein PB-1. Tiersensor. Ich habe so viel Kohle, Alter. Alle anwesenden Tiere aufspüren. Karte anzeigen. Detektor auswählen. Geiler Shit. Ja, die Perle... Oh! Perlendetektor, wie geil ist das denn? Super Angriffe stärker. Kauf ich. Muy bien ist digitalisiert. Muy bien ist digitalisiert. Hatte man die Schnauze, Dicker? Das will ich vorlesen, okay? Also benutzen. In der Flugphase Super Angriffe wiederholt aufdrücken, um Feuerstöße zu fiefern. Mann. Dem ich jetzt zweimal unterbrochen wurde von dem. Ja, die Perle könnte ich theoretisch nicht kaufen. Ich weiß nicht, was dieser PB ist, ne? Und Impulsor, ganz ehrlich. Ich könnte da jetzt hier mein ganzes Geld für prassen. Ich mach's einfach. Muy bien ist digitalisiert. Energieanzeige des Fahrzeugs steigt um einen Schlüssel. War unnötig, aber haben oder nicht haben, das ist hier die Frage. Muy bien ist digitalisiert. Danke für... Das ist geil. Das ist richtig geil. Das hat sich gelohnt. Ja, die Perle. Alter, ich... Ich kaufe das später. Komm, das ist mir jetzt alles... Der Perlendetektor wäre aber eigentlich ganz geil, ne? Ach, wer braucht das schon? Ich will's haben. Gib her. So, Detektor ausführen mit B und S. Karte anzeigen mit Tab-Taste. Ich weiß nicht, kann man das auch hier im Menü machen? Karte anzeigen. Aha, Sensoren. Ach, guck mal hier. What the fuck, was ist das denn? Aha, hier ist auf jeden Fall auch ein Tier zu finden. Aber was ist das? 20 auf Karte, 16 auf dieser Etage. Bitte was? 6 auf Karte, 3 auf dieser Etage. Alter, ist das extrem. Kann man dem sowas geben? Ne, oder? Ähm, das würde ich gerne mal fotografieren. Halt dich. Ein Koi Kumununryu. Klasse, ich fahre ein Backup. Ich brauche unbedingt wieder Kohle, Freunde. Katastrophe, Mann. So, das Walros brauchen wir eigentlich nicht fotografieren. Das ist ja schon in unserer Datenbank, oder? Ja, schlechte Bildaufteilung, das muss ich auch eingestehen. Moment, nochmal kurz testen. Dafür liebe ich dieses Spiel, das macht so obergeil Spaß. Ja, A hat bereits fotografiert. Na gut, dann halt nicht. Dann wollen wir mal. Was ist das? Iris 512. Nutze M-Disk-Decoder, um Zugang zu Daten zu erhalten. Okay. Neue Mission. Und Iris 511. Ja, das ist ja... Huch. Hallo. Beeindruckend. Da wären wir. Ich habe Kopien der letzten Ausgaben von Iris auf M-Disk. Wenn Sie möchten, kann ich Sie für den Iris Flash eintragen. So kriegen Sie immer die neuesten Marischen per E-Mail. Für Mitglied ist dieser Service natürlich umsonst. Ich schätze, ich nehme mir auch ein paar M-Disk mit Ausgaben aus dem Iris Netzwerk. Perfekt, bitte bedienen Sie sich. Ja, ich würde Sie gerne auch abonnieren, bitte. Perfekt, ich trage Sie direkt ein. Perfekt, du bist eingetragen. Nun erhältst du die Live-Nachrichten als Newsletter. Dankeschön. Dann wollen wir das doch mal... Aha, Tab-Taste. Die Doms schlagen wieder zu. Glückwunsch, sie haben sich für das sylianische Wort entschieden. Ah, okay. Zeugengesucht. Die Verräter des Iris Netzwerks sind irgendwo auf Filiz gelandet. Hohe Belohnung für alle Informationen. Kann ich diese Information spielen, oder? Zeugen gesucht. Die Verräter. Ach so, wir bekommen das abgespielt. Cool. Jetzt wollen wir doch mal das Zeug auch lesen. Ich weiß, Freunde, ich verbringe hier tausend Jahre. Es tut mir auch leid, aber mir macht das so viel Spaß. Da muss ich einfach ordentlich sein. Was? 58 Leute sind aus dem Süden verschwunden. Das Mysterium geht weiter. Weitere Achtel vermisst in dieser Woche. Iris 511. Neue Entführungswelle in der Fußgängerzone. Die Doms haben der hilianischen Bevölkerung letzte Woche wieder schwer zugesetzt. Weitere 850 Leute wurden in dieser Zeit als vermisst gemeldet. Der sogenannte Schutz, den die Alpha-Abteilung vor den Doms bieten soll, ist mehr als lächerlich. Gut, dann der Vollständigkeit halber das andere auch nochmal. Iris 512. Hillis mit Doms-Meteoren beschossen. Die Kanäle, die Mamagu-Werkstatt und das Refugium am Leuchtturm unter schwerem Beschuss durch die Doms. Die Schutzschilde sind nicht in der Lage, die Doms-Meteore aufzuhalten. Die Alpha-Abteilung tauchte erst nach dem Alarm am Schauplatz auf. Das stimmt. Die Alpha-Abteilung ist unfähig, den Schutz von Hillis zu gewährleisten. Ich meine ja, auch wenn vieles da wahr ist, aber es klingt auch sehr stark nach Propaganda irgendwie. Also das hätte man schon mal ein bisschen besser lösen können. Naja, egal. Dann wollen wir jetzt mal rausgehen, wollen mal ein bisschen Action liefern. Wir wollen ja auch mal ein paar Missionen machen. Was ist denn hier nur los, ey? Ich bin hier nur am Labern, muss ich zugeben. Es tut mir auch sehr leid, meine Freunde. Beziehungsweise ich bin hier nur am Rumgammeln. Der hat einen Helm auf, den kann ich gar nicht fotografieren. Na gut. Was ist mit dieser Frau hier eigentlich? Ist ein... Oh, ich... Mann, ich erkenne hier nichts. Ja, ist ein Homo-Satmier. Das sieht ein bisschen aus wie Toff, ey. Von Avatar. So, hier gibt es natürlich noch Tiere zu entdecken. Blablabli, blubb. Das ist jetzt uninteressant. Genau wie die Perlen. Ich denke mal, das hat ja noch Zeit. Oh, wartet, wartet, wartet. Hilly ist unter Beschuss durch Doms Meteore. Die Alpha-Abteilung durch die Ereignisse überlastet. Lest Ausgabe Nummer 512 von Iris. Hab ich doch. Mann. Du bist so uncool. Du bist ja so ein Lobob, weißt du. Ich bin schon links informiert und die... Ich weiß die Informatoren immer als erstes. Yeah. So, Karte. Wie kommen wir hier raus? Da links muss ich dann wahrscheinlich lang. Ist ja kein Problem. Ach, reparieren kann ich auch. Moment, das müsste ich mal eigentlich machen. Wie mache ich das? Ah, da habe ich das. Warte mal. So. Sehr schön. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin auf der Gegenfahrbahn, ne? Sehe ich richtig, oder? Ja, aber das passt ja, weißt du. Ich kann schießen. Uh. Cool. So. Wo muss ich hin? Ich fahre in die Richtung. Hä? Zoom. Leertaste. Aha. Ja, die Karte, die ist jetzt auch nicht gerade so das Wahre. Da muss man jetzt einfach mal zugeben. Fotografiere die Aktivitäten der Elfabteilung bei der Nutri-Pillenfabrik. Wo ist die? Ach, im südlichen Ausgang. Ich bin falsch. Aber eigentlich ist es ja der südliche Ausgang, wenn man es mal so will. Ey, ich check diese Karte nicht. Ich muss es ganz ehrlich beichten, Freunde. Warte mal. Ich will nochmal zurückgehen. Wenn es jetzt falsch war, meine Freunde, es tut mir echt leid, aber ich blick da gerade voll nicht durch. Also wo wir hin müssen oder sonst irgendwas. Kompass mit E. Schwarze Insel. So Schwarze Insel müssen wir ja gar nicht rennen. Basis. Fußgängerzone. Schwarze Insel. Keine Ahnung, ey. Aber ich denke mal, das wird dann wohl der Südausgang sein. Das wird da hier leider auch nicht beschrieben oder sonst irgendwas. Deswegen muss ich ja diesen Weg jetzt hier wählen. Und einfach mal ein bisschen rumsuchen, doof gesagt. Hallo? Warum hätte ich das ausgebremst? Aha. Ich bin einfach nur nahmarschig. So, ich aktiviere nochmal. Den Kompass. Schwarze Insel. Fabrik. Fabrik, Fabrik, Fabrik. Das ist die Nutri-Pillen-Fabrik. Da muss ich hin. Na also, ist ja doch nicht so schwer, verdammter Mist. Klappt doch. Warum bremst er manchmal aus? Hallo? Was passiert denn, wenn ich da drücke? Der Bremser kommt man weiß nicht aus. Unlogisch. Sogar diesen Weg haben sie gesperrt. Normalerweise kam man von hier direkt zur Fabrik. Und jetzt darf ich nicht mehr, oder was? Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Ach, das ist der Wachroboter, den ich wegboxen muss wahrscheinlich, ja? Halt die Fresse, Junge! Halt die Fresse, Junge! Ja. Was jetzt? Scheiße. Okay. Das ist dann wohl falsch. Ich sehe aber auch keinen anderen Weg jetzt, ehrlich gesagt. Man kommt jetzt nicht mehr einfach so... Aber ich muss den Wachroboter töten, hat man mir gesagt. Es wäre jetzt naheliegend, wenn der das jetzt einfach wäre. Kann ich ihn markieren oder so? Was ist das? Keine Ahnung. Aber treffen tue ich ihn auch nicht. Egal, was ich versuche. Nee. Oh, Mann, ey. Tja, meine Freunde, was soll ich sagen? Ich bin halt einfach nur ein trotteliger M3D. Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Genau, Jade. Benutzen. Was ist das, ein Turbo? Geiler Shit! Aber hat man nur voll wenig gefunden. Ist eigentlich schade. So, dann gehe ich mal zur Stadt rein. Ich muss wohl versuchen, anders da reinzukommen. Warte mal, das sind die Wettrenner. Ich mache nochmal den Kompass. Rennen, das will ich natürlich nicht. Basis, ja, indirekt. Warte mal. Fußgängerzone, das will ich. Darüber muss ich. Dann muss ich wohl irgendwie den Südausgang suchen. Und, ja, muss hoffen, dass ich dann hier klarkomme. Ich nehme nochmal einen Turbo. Scheißegal jetzt. Ich meine, es muss auch mal nur noch ein bisschen schnell gehen. So, meine Freunde, da würde ich auch mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! 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 Vielen Dank.